Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Fittifito FT900 Laufband. Sport zu Hause, das ist eine gute Idee für Leute, die sich in der privaten Atmosphäre fit halten wollen. Das Thema Home Gym dürfte dir auch ein Begriff sein. Es ist für viele Leute einfach angenehmer, als im häufig überfüllten Fitnessstudio zu trainieren. Aber klar, im Endeffekt ist das eine Geschmackssache. Hier haben wir ein interessantes Angebot aus dem Hause Fittifito. Das Amazon-Angebot zum FT900 Laufband werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Und ja, Fitnesstraining zu Hause, wie bereits gesagt, warum ist das so beliebt? Nun ja, du sparst dir den Weg ins Fitnessstudio und du musst dich nicht stylen oder so. Ja, du kannst deine Lieblingsmusik anmachen, vielleicht sogar deine Lieblingsserie nebenbei schauen. Und das wird, wie du dir denken kannst, einfach von vielen Sportsfreunden als angenehmer empfunden. Kann sich ja im Endeffekt auch jeder selbst aussuchen, was ihm mehr Spaß macht. Manche Leute gehen gerne draußen laufen, manche Leute gehen ins Fitnessstudio und manche Leute trainieren auf ihrem Laufband zu Hause. Da hast du ja alle Optionen zur Auswahl. Was dieses Laufband aus dem Hause Fittifito anbetrifft, so finde ich den Preis echt interessant für ein doch echt gut ausgestattetes Laufband. Ihr könnt uns die Eigenschaften hier auch gerne noch genauer anschauen. Starker Motor, starke Leistung. Das Laufband läuft wie der Wind bis zu 22 kmh schnell. Also das ist vom Speed her wirklich, wirklich ordentlich, was man hier machen kann. 7 PS starker Motor, bringt dich auf Trab und besitzt eine Dauerleistung von 3,5 PS. Hochwertige Materialien, moderne Technologie. Deswegen ist der Motor nicht nur langlebig, sondern auch leise. Schalleistungspegel bei höchster Geschwindigkeit erreicht in der Spitze ca. 75 Dezibel. Aha, das klingt doch schon mal wirklich gut. Das Laufband lässt sich bis zu 20 Steigungsstufen einstellen und hebt automatisch die Lauffläche an. Du kannst individuell bergauf laufen. Das Gerät besitzt zudem 99 individuell gestaltbare Streckenprofile und 5 vorprogrammierte Trainingsmodule, die das Lauftraining zu Hause abwechslungsreich gestalten und somit immer neue Trainingsanreize setzen. Ja, das ist doch schon mal cool, was die Motivation für den Sport zu Hause anbetrifft. Denn das ist ja auch wirklich das Kernelement, wenn es darum geht, deine Ziele auch zu erreichen. Von daher finde ich das wirklich, wirklich super, was dir hier geboten wird. Das 8-Zonen-Dämpfungssystem schont die Gelenke beim Laufen und die großzügige Lauffläche garantiert dir ein natürliches Laufgefühl. Das Eigengewicht des Laufbandes von über 100 kg birgt für eine besonders gute Stabilität des Rahmens und bietet daher eine wichtige Reserve in puncto Sicherheit. Das Laufband ist einfach zu montieren und nach dem Training auch leicht zusammenzuklappen und zu verstauen. Das sind natürlich wichtige Aspekte. Kann man auch erwarten von einem Laufband in diesem Preissegment, dass dir hier eben viele Eigenschaften geboten werden, die dein Lauftraining angenehm und sicher gestalten. Kleine Details, die dein Training noch angenehmer machen dürften, wären hier der hochwertige LCD-Bildschirm mit MP3-Anschluss, Tablethalter, Sicherheitsschlüssel, Pulsgurt. Die Ausstattung gefällt mir hier insgesamt betrachtet wirklich, wirklich gut. Für den Preis finde ich ist das ein faires Angebot, muss aber natürlich jeder Sportsfreund selber beurteilen, gar keine Frage. Das Amazon-Angebot zum Fittifito FT900 Laufband werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ich kann dir gerne generell noch ein paar Tipps und Tricks rund um das Thema Fitnesstraining mit auf den Weg geben, damit deine Sportsziele auch erreichbar sind für dich. Denn da gibt es wirklich viele, viele Missverständnisse, die Leute denken, okay, ich kaufe mir jetzt ein super leistungsstarkes Fitnessgerät und dann holst du ihm die Funde von alleine. Das ist natürlich eine nützliche Hilfe, aber die Arbeit musst du immer noch selbst machen. Die Arbeit ist tatsächlich nicht nur das Fitnesstraining, sondern auch die Ernährung. Ich würde sogar sagen, die Ernährung hat einen viel größeren Einfluss auf deinen Erfolg. Deswegen nur die Erinnerung, wenn du dir deinen Traumkörper arbeiten möchtest zum Baden am Strand oder wofür auch immer, was natürlich ein sehr lobenswertes Ziel ist, oder wenn du einfach nur deine Fitness allgemein steigern möchtest, nicht vergessen, dass du auch die Ernährung hart durchziehen musst. Du kannst natürlich hin und wieder auch mal sowas wie ein Stück Kuchen essen. Aber wenn das regelmäßig passiert, glaube ich, wird es eher schwer damit, den Traumkörper zu erarbeiten. Also informiere dich mal auch ein bisschen zum Thema Fitnessernährung. Dann kannst du mit solchen nützlichen Fitness-Trainingsgeräten auch wirklich etwas erreichen, wenn du eben sowohl Training als auch Ernährung konsequent durchziehst. Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg für dein Fitnesstraining. Alles Gute. Ciao. Ciao.